Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Anna Grace Büro? Ich hole dich um 5 Uhr ab. Da bin ich vielleicht noch nicht fertig. Kann ich fahren? Nein. Es ist wunderschön. Ich habe es gekauft, für uns. Ich liebe es. Chris Tim, diese Lage ist perfekt. Ich werde dir ein fantastisches Haus bauen. Bitte sprechen Sie nicht mit meinem Mann, als wäre ich nicht hier. Anna. Sie dürfen mich Mrs. Gray nennen. Ich sollte öfter ungezogen sein. Wir werden verfolgt. Wie zur Hölle geht's dir, Anna? Jack, was willst du? Du willst also spielen? Ja, Sir. Christian. Hier kann ich dich beschützen und das werde ich tun. Du kannst mich nicht einsparen. Ich habe gelobt, dich treu zu lieben. Allen anderen zu entsagen. Hast du mit ihr geschlafen? Dir in schweren Zeiten beizustehen. Bis ans Ende unserer Tage. Wieso widersetzt du dich? Weil ich es kann. Tear uns abot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017